Stürb Schleim oder auch nicht naja der ging ordentlich daneben grad Gold abbauen ich will Gold haben ganz viel Gold ja hier gehts noch weiter aber ich trau mich nicht ne ich komm gleich mal aaaahhh so ein Schleimvieh hat mich in andere Schleimvieh geschubst total heimtückisch voll von hinten voll von hinten ähm naja das war schmerzhaft ok das kann ich mir vorstellen vom Schleim von hinten Autsch oh ja ich geh mal zu dir runter und schnapp mir dein Geld mach das ich bring mal ein bisschen Dynamit mit ne ok wo ist denn dein Geld genau das ist unter Wasser ja ja verdammt hier ist noch so ein bescheider Wurm Planate die hab ich noch nie benutzt Autsch ich bin gleich tot verdammt ich bin tot also die gelben Schleimvieh sind ja mal übelst heftig nein ich hab gar kein Geld mehr für Dynamit ich hab mein ganzes Geld weggehauen für was für Dynamit ja ok dann ich kann mir jetzt noch mal ein paar kaufen geh mal runter und ähm sammel das Geld ein ja Moment ich muss erstmal hier äh äh Goldbarren und so machen das mach ich auch fix ja aber das Geld nein unser Guide geht wieder auf seinen Balkon äh ist die Blume nicht schick unglaublich ups ich klau mir mal die ganzen Barren hier raus und stell noch mehr her ähm boah das dauert ewig bis ich hier unten ankomme wir müssen mal einen geraden Weg nach unten machen jo total umständlich durch die kleinen Wege hier da hast du allerdings recht wer hat denn den scheiß gebaut wow ich hab einen neuen Goldbarren ey ich kann mir einen Gold äh broadsword machen das mach ich mir jetzt ey na warte doch lieber bis eine Pickaxe oder aber obwohl ne doch Schwert Schwert lohnt sich Gold ey mein momentanes broadsword macht 10 Schaden das goldene macht 13 wow wow du stehst im Dunkeln machst grad ne Fackel an auf einmal steht vor dir so ein riesengelbes Schleimvieh was zur Hölle wow mit dem goldenen Ding kann ich übelst schnell hauen das ist ey cool du hast ja mir Pflanzen auf den Tisch gestellt äh ich mach jetzt noch ne Kerze für einen anderen ja ja bisschen dick aber ich mach 2 Kerzen die können wir dann schön verteilen so der Demol- äh Demolitionist kriegt von mir eine aber weil er so nett ist vielleicht sengt der Preise ja und die Krankenschwester kriegt eine der Händler ist kacke Spendenweben wir können gleich ein bisschen Seide farm hier cool warte ich verkauf schnell alles unwichtige nur blöd dass ich gleich tot bin weil ich kein Leben mehr hab ist nicht gut oh ähm ne die wollte ich nicht verkaufen ah ich probier mal äh hier kommt man nicht mehr raus das ist nicht gut ja durchaus du stirbst gleich hast du gesagt ich bin gleich da ja jetzt bin ich außer Gefahr aber wenn gleich hier noch so ein Vieh von hinten kommt ok was bringe eigentlich Granaten keine gar nichts die machen nur Damage so hast du welche gekauft ne gut so ich hab 4 Dynamit hier ich hab auch nochmal 5 damit können wir ein Stückchen weiter runter ne hm ja ich tu das jetzt erstmal benutzen um unseren Gang nach unten hin auszubauen was voll die Verschwendung oder wobei ja stimmt ey komm uns erstmal weiter runter das können wir dann nachher machen wenn wir hier noch mehr finden hm ja ich warte auf dich ich hab nicht mehr viel Geld ja die Musik das dauert ja voll lange bis wir da unten sind ja hallo pass auf wir ist ein Wurm und ich bin recht tot also bleib in meiner Nähe für das Geld weg da das war ein bisschen feier wow jetzt haben wir das Schleim hast du das Golf? ich glaub ich hab das Golf hier halt ja klar da ist noch Golf ich seh nix definitiv zu viele Schleime für meinen Geschmack schmecken's dir nicht aber immer hab ich volle HP nnnein nicht stirb gelber Schleim wow hab was schönes haben Spawnpump gebaut komm mal ich bin dir von Schleim umzingelt ich komme ich hab mein Herz Kristall wow da muss bestimmt noch nichts weiter sein ähm schnell benutzen perfekt ich will auch der nächste gehört mir ok das lässt sich arrangieren hast dich ja schon ordentlich hier durchgebombt hier ist noch Eisen du hast das nicht abgebaut keine Ahnung wieso krieg ich da keine Plattform hin ok ich konnte eine Plattform hin machen da unten ist ein schwarzer Schleim was zur Hölle ach Mother Slime ist ganz böse au au weißt du was wir dagegen machen oh Skelette diesen Gang das machen wir dagegen alter ich schmeiß mal gleich noch einen hinterher wow ich hab einen genauer zu ihm geworfen pass auf da kommt noch einer warte Hilfe hilf mir da Hilfe ich würde da weg gehen das war ein Held nee der ist sowieso da unten im Loch drin achso da geht es noch weiter runter Babyslime hat mich umgebracht verdammt ich kann dein Gold nicht aufsammeln hast du irgendeinen Haken gefunden du musst mit der Maus über das Gold fahren echt ach du hast den Spawnpunkt verbessert ja sieht hässlich aus müssen wir irgendwann mal ändern hab ich jetzt einen Haken äh eigentlich sollten Skelette manchmal Haken fallen lassen angeblich nicht immer verdammt ich will einen Enterhaken der Typ hat mir was gesagt dass ich damit einen Enterhaken bauen kann der hat mich angelogen oh ich hab auch nicht genug Silber für noch mehr Dynamit verdammt egal auf nach unten wir brauchen unser Geld wieder ich hab noch vier Stangen ich hab auch nur noch eine leider komm hinunter ja die Mine ist toll auf nach unten psiuu das ist ein Mini Pinky der blöde Pinky Schleim der blöde Pinky Schleim äh äh stirb mir grad ordentlich Geld gebracht wo was der pinke Schleim ja einige trocken wirklich viel hier sind sau viele Schleime hin das ist total ätzend blöd ja ätzend triffts wahrscheinlich bestehen die Schleime auch aus ätzender Substanz sonst könnte ich mir nicht erklären wieso die wehtun sonst wären die ja kuschelig äh oder so oh guck mal Vase Vase Skelett oh Alter aber die Skelette machen auch ich sollte mal eher zu machen oh ich will den Haken ich will Haken ja doch war da einer überhaupt äh kannst du hier mal eine Wood Plattform hin placen sicher ich mach mir auch mal welche ne auch 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 es erinnert mich so ein bisschen an Marple Story das Spiel ja macht mehr Spaß noch ne Vase war nur Geld oh geil Dynamit ne direkt hinterher oh pass auf da ist Dynamit nein du Penner das war keine Absicht du wirfst eins rein wenn ich reinhüpfe man okay vielleicht lass doch was gemeiner gemeinling aber nur ein wenig Absicht ich geb dir gleich nur ein wenig man hab ich wenigstens einen Widerhaken nö immer noch nicht Penner Skelette es wird schon wieder Nacht wir müssen weiter in die Höhle offensichtlich armes Tom jo armes Tom ganz armes Tom ab in die Höhle ich muss da hinein wuuu oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh dein Gott was gar nichts oh oh mein Gott oh dein Gott was gar nichts ne diese diese Monsterschleim Dani ja nix okay ja ich muss ich muss den einfach bringen tut mir leid ja das wird der Gag des Monats hm genau Hauptsache bevor ich sterbe einmal noch Dynamit zu schmeißen das mach ich auf jeden Fall ach du meintest das wo hier lilanes äh lilanes wo wo ich gestorben bin hier sind zwei große Schleime wie soll ich die umbringen genau da bin ich gestorben ich geh mal hier hin so dass ich greif die an ich greif die an ich bin so mutig und Skelett Tom war slain noch nicht ich hab mein Skelett umgebracht und die Schleime und dein Herz mir kommt kein Geld mehr ah puh alter das war grad heftig das war grad echt heftig schon fast ins Schwitzen gekommen ja fast ach ich drücke mal rechtsklick wenn ich was platzieren will ich bin das nur gewohnt von meinen Kräften ja ich auch und dann wartet blöd bis das endlich kommt ey da oben müssen wir irgendwie ans Kupfer kommen ich mach da mal so ne ähm ich mach mir mal so ne so ne Leiter aus Schlamm mehr oder weniger Leiter und jetzt hier oben seine Plattform ha da muss man irgendwie dran kommen kommst du runter? du hast ja ja ich komm bin schon fast da hauptsache wir kommen irgendwie noch wieder hoch weil hier ist das das sind Schleime ja hast du wenigstens mein Geld eingesammelt? ja glaube ich zumindest ich bin hier unten gestorben ah Herz meins ha 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 lass mir doch nö äh ich will ja gucken ob mein Geld noch da unten ist aber so hast du äh ne ich bin nicht ne du hast das Geld nicht das lag hier noch ok hier dieser äh äh was ist das? auch ah nein 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 diese halbentypischen Slimes ey die nerven die haben mich da reingekickt wo rein zu plätten und so haha soll ich mal nach oben gehen? ah ne wir brauchen dein Geld naja so what hier gibt es erstmal ein bisschen Kupfer danach kann ich mir dein Geld holen na so viel Geld ist das nicht das ist nur ein paar Silbermünchen immer noch genug um äh es wert zu sein geholt zu werden naja oh hier ist übelst viel Kupfer hol mal ein bisschen Dynamit mit ich hab nur zwei Stangen allerdings hab ich da übelst Gold gefunden wo ich da gerade reingesprungen bin ok dann mach da mit Gold aber ich muss ja auch noch ein ganzes ja komm da erstmal runter bei den ganzen Monstern dann müssen wir zu zweit hin ok sonst wird das nichts ich hab hier übelst viel Kupfer ey da können wir unsere Rüstung mitmachen bis zum Game nicht mehr jaja Kupfer ist unten ein bisschen so wie oben Erde ich will mir aber keinen Helm machen ich mag meine äh grünen Haare oh Haare 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 ich hab übrigens noch keinen Sand unter äh unterirdisch entdeckt mittlerweile oder bisher mhm wenn dann ist der richtig fies weil wenn du nur einen Block weg machst und alles auf dich runter fällt das könnte wehtun genau so hier oben Alter das Miese ist ja die sind ja fast unsicht bei diese äh grauen Schleime hm ja ich hab hier wieder so ein bisschen blöde Plattform hingesetzt verdammt so so ich geh mal hier weiter auskundschaften hm hm ich bin hier fast fertig mit der Kupfermine Kupfermine Kupfer 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 Kupfermine ich hab hier ganz viel Gold gefunden okay so viel ne so viel ist das nicht und dann ist das nicht toll oh und ich dachte schon nicht wär gut hier ist ein Skelett das ist nicht gut das ist gut ich will hinterhaken haben hallo Dani hallo da kommt ein Wurm da kam ein Wurm hoho der war aber schnell weg Skelett gib mir nen Tag da ist übrigens ne Silberminze von dir gewesen cool oh ups toll gemacht das mann ich weckel wenn immer die falschen Alten aus erstmal weg ich will die Vase da unten die will ich holen toll das hast du gerade bekommen glaube ich ne oder doch noch ein Schleim alter was ist das hier für oh ne Kupfermünze will ich haben mach mal Dynamit dann gleich da runter wo wir die Skelette hingeschleidert haben und dann äh das hat sich dann wohl auch